Für mich als Cop kommt der Job zuerst. Ich verstehe, dass du viel zu arbeiten hast. Aber selbst wenn du hier bist, bist du nicht da. Hi, Danny. Ich hab dich lieb und du fehlst mir. Ich möchte zu Officer Saatchi. Ich kenne einige Priester, aber sie sind kein Typischer. Und ich kenne einige Cops und sie sind ein Typischer. Ich bewege mich jede Nacht im übelsten Dreck. Ich habe schon grausige Dinge gesehen. Nichts, was nicht durch die menschliche Natur erklärt werden kann. Dann kennen Sie das wahre Böse nicht. Diese verrückte Lady jammert über irgendwelche seltsamen Belästigungen. Geräusche. Nach dir. Was hat diese Schrift zu bedeuten? Es gibt zwei Arten vom Bösen im Diesseits. Das sekundäre Böse, das Böse, das Menschen tun. Und das primäre Böse. Was etwas völlig anderes ist. Man kann es nicht auf normale Art bekämpfen. Sie können drei Stimmen hören. Eine der Stimmen stammt von einem fünfjährigen Mädchen. Mami. Jede Kultur, jede Religion hat Exorzismus praktiziert. Ich spüre eine Düsternis. Sie wächst in mir. Irgendwas geht in mir vor. Haben Sie das auch gesehen? Sie spüren, was andere nicht spüren. Aber das bringt Sie auch in Gefahr. Ihre Familie ist bereits gefährdet. Mami. Mami. Van Vian. Qual ist dein Name? ARD Text im Auftrag von Funk